Wie viele Trophäen haben YouTuber wie Paluten oder iCrymax? Hier sehen wir Palutens allererste Showdown-Runde, die er auch direkt gewinnen konnte. Er hat Poco gezogen und immerhin schon mal Shelly auf 30 Trophäen und Nita auf 17 Trophäen und so insgesamt 50 Trophäen. Auch Standard-Skill sehen wir hier, er hat eigentlich nur ein Opening-Battle hochgeladen, trotzdem hat er dafür schon mal für die 100 Gratis-Startups mindestens 400 Trophäen gebraucht. Und wir sehen vor allem Angelo mit 398 Trophäen. Dann haben wir iCrymax, er hat sich wirklich auch hier einen neuen Account erstellt, spielt hier gegen Bots und hat damit auch schon einiges hier auf seinem Account erreicht. Und zwar sehen wir hier sein Profil, er hat immerhin 500 Trophäen, aber 0 3 vs. 3 Siege, alles hier in Solo gespielt. Er hat immerhin zwei Legendäre Brawler und Nita auf fast 400 Trophäen. Auch Kno hat früher einige Brawl Stars-Videos aufgenommen, unter anderem war auch ich in einem Brawl Stars-Video dabei, auch viele Openings und sie hat hier 537 Trophäen und dafür auch einige Brawler, die meisten auf 0 und einige auch schon mindestens Rang 10. Mit Ars und Elyne habe ich zusammen schon Brawl Stars gespielt, wir haben zusammen gepusht und am Ende war sie auf 560 Trophäen, folgt mir für mehr Brawl Stars-Videos.